Wobei ich bin älter als du. Mich müssen Sie es doch eigentlich Senpai nennen. Derjenige, der letzte Nacht war? Es ist dieser Mann, oder? Kanji Tatsumi, hm? Er sah definitiv nicht wie der soziale Typ. Jetzt gibt es eine Überraschung. Ist er wirklich schrecklich? Habt ihr das neue Special den letzten Tag gesehen? Ja, ich sah ihn. Du meinst das Special an Biker Gangs? Ich habe es auch gesehen. Genau, ich bin etwa aus South Park. Weil jeder, der mit Kun endet auf South Park ist, hat aber Kun gesagt. Ben Kun. Vielleicht ist es ein bisschen zu lange ausgesprochen. Special an Biker Gangs in Washington. Es war nicht so, als er jünger war. Du kennst ihn, Yukiko? Ja, aber wir haben uns nicht lange mit uns gesprochen. Seine Familie läuft einen Textil-Kopf und wir haben viele Jahre gearbeitet. Also ich spreche mit Kun-Ju-Kuns Mutter von Zeit zu Zeit. Hm. Oh, warum gehen wir da jetzt? Wir können ihn mit ihm sprechen. Ja, wir können das einfach mal machen. Klingt gut. Am Ende können wir uns fragen, ob irgendetwas strange passiert. Ich habe das niemals extra falsch verstanden. So. Genau, wir können einfach mal zu ihm gehen. Ich werde ihn in einem dunklen Alley, aber ich bin ziemlich sicher, dass er nicht aus dem Handel in seiner Familie fliegt. Okay. Dann gehen wir los. Wenn Dinge schwer werden, dann sind wir auf euch. Wow. Moment mal. Chie kann Karate und sie sagt, wenn es irgendwie zum Handgemenge kommen, sollen die Jungs übernehmen? Chie kann Karate. Die kickt die Shadows, während wir Waffen benutzen. Äh? Chie ist unlogisch. Oh, da trefft man auch noch jemanden aus dem Intro. Hallo. Ah, Yuki-chan. Es ist so schön, dich zu sehen. Na dann, wenn du mich entschuldigst, Frau. Ich bin entschuldige, dass ich nicht mehr helfen konnte. Es ist alles klar. Du hast nichts mehr zu denken. Danke. Was ist mit ihm? Weirdo. Hm? Ich habe ihn noch nie gesehen. Yuki-chan, du bist so schön wie immer. Deine Fähigkeiten beginnt mich an deine Mutter, als sie jung war. Wie kann ich dir heute helfen? Du bist mit deinen Freunden unterwegs? Oh, ähm... Na eigentlich... Hey! Der Schal. Ich habe das schon mal gesehen. Oh, der rote Schal, der dort hing mit der Schlaufe drumrum. In der anderen Welt. Oh, du bist richtig. Wo war das denn? Oh! Es war das Ort! Innerhalb der TV! Das ist richtig. Das Raum mit diesen schlaften Postern. Dann... Es sind die Anbieter. Du bist mit Frau Yamano? Nö, eigentlich nicht. Äh... Well... Kindlich. Ähm... Hat Frau Yamano so eine Schlaufe haben? Ja. Es war eine spezielle Anbieter, die sie gelegt hat. Sie hat eigentlich eine Paar gekauft. Aber im Endeffekt hat sie gesagt, dass sie nur die Frauen-Schlaufe wollte. Das ist das zweite Teil. Es hat uns keine Wahl gelegt, aber diesen einzeln. Oh Mann! Es ist eine Verbindung mit dem ersten Fall. Was werden wir tun? Stimmt! Jetzt gibt es wieder eine Verbindung zwischen dem Laden und der Frau Yamano, die als erstes gestorben ist. Wie soll ich wissen? Hallo! Hier für die Tatsumis! Oh! Ich werde gleich da sein. Ich bin sorry. Du musst mich entschuldigen. Oh! Es ist okay! Okay. Wir müssen gehen. Ich komme wieder, Ma'am. Ist das so? Dann sage ich bitte zu Ihren Mutter für mich. Es ist wirklich mit dem ersten Fall verbunden. Aber es ist nur ein Schlaufe. Wird der Körner jemanden nur wegen dieser? Verdammt! Was ist passiert? Das reicht wahrscheinlich als Verbindung. Komm mal, wir sprechen von außen. Hm? Es ist Kanji-kun. Was? Schau! Schau! Warum? Oh, die Redner. Oh, die Redner. Schau! Ich kann nicht hören, was sie sagen. Du eavesdroppst in Kanjis' Konversation mit dem Junge. Tomorrow ist gut mit mir. Huh? Schule? Natürlich, ich gehe zur Schule. Dann will ich dich auf den Garten, nach der Schule, morgen. Habt ihr gesagt, dass er interessiert war? Er ist ein Mann. Und ich bin ein Mann. Aber er ist interessiert in mich? Huh? Was zur Hölle sind Sie, Pricks, auf? Das hat mich auf die Hölle gefreut! Er ist sogar besser in Person als auf TV! Derjenige auf der TV letzte Nacht war definitiv Kanji-kun. Ja. Und ich habe gerade etwas gelernt. Erinnerst du die genügend Punkte, die wir darüber gesprochen haben? Seine Mutter hat die Formel. Sie ist eine Frau. Und sie wusste Ms. Yamano. Aber es war ihr Sohn, der auf der TV sah. Also was bedeutet das? Hm. Ja, der Sohn ist in Wirklichkeit eine Frau. Und spielt nur den Harten. Ist ein Mann der Target? Keiner ist der Target? Sie sind ja beide Target. Ich weiß nicht. Keiner ist der Target. Ja, das ist so, wie es sich aussieht, basiert auf der TV-Image. Aber seine Mutter hat das Pattern mehr als er macht. Scheidert das Pattern? Offensichtlich gibt es andere Dinge, die darüber entscheiden. Oh, vielleicht ist es so ähnlich wie mein Fall. Wenn du denkst. Meine Mutter hat das Verletzungsprofile mehr als ich. Sie war derjenige, der direkt mit Ms. Yamano. Ich weiß nicht, aber ich war derjenige, der Target war. Die mit der japanischen Mythologie. Ich würde sagen, dass die Seele dadurch verschlungen wird. Sein Schatten ist schwul oder so. Sein Schatten ist schwul wäre lustig. Aber ich glaube, das wird es nicht sein. Ich glaube, der Schatten ist vor allem echt, echt sauer auf die... Wobei, das können wir ja Sexualität so tun haben. Mal sehen. Ja, da könnte es zum japanischen Game passen. Ja. Das ist der harte Typ, der mit seiner Sexualität noch nicht ganz klar ist. Mal sehen. Aber vor allen Dingen scheint er sehr, sehr sauer zu sein auf die... Auf die Biker-Gangs. Wobei, das ist der Originale auch. Ach, keine Ahnung. Aber zumindest waren sonst immer negative Gedanken. Vielleicht hat er auch irgendwie Angst, dass er seiner Mutter nicht gerecht wird oder so. Dass er sie nicht... Dass er ihr Unehre bereitet oder irgendwie sowas. Es ging ja immer um so ein bisschen unterbewusste Gedanken, die sie negativ belastet haben. Sie sind ja nicht so gut mit Homosexualität konform. Ich weiß nicht. Also das Spiel ist, glaube ich, halt wirklich schon alt. Ich glaube, es kam auch wirklich auf der PSP raus oder PS Vita. Deswegen sieht das Spiel übrigens auch so aus, wie es aussieht. Das liegt nicht daran, dass es ein Playstation 3 Spiel ist. Sondern ich habe letztendlich eben geredet, dass es ein Playstation Vita Spiel ist. Von 2012. Deswegen sehen auch die Texturen so aus, wie sie aussehen. Aber er war derjenige, der targetet wurde. Das bedeutet, dass es wieder der Kind wird, statt der Mutter? Aber wenn das richtig ist, dann macht das Motiv überhaupt keinen Sinn. Das hätte nichts mit dem Sack zu tun, dass es mit Yamano was zu tun hat. Es hätte nichts mit dem Sack zu tun, dass es mit Yamano was zu tun hat. Du denkst, dass wir falsch sind? Vielleicht hat sogar das erste Mal nichts mit Grudgen oder Revenge zu tun. Oder ist es auch ein Zeug in der Textil-Shop selbst? Ich bin völlig verloren. Aber wir können das nicht ignorieren. Hm. Warum gehen wir nicht einfach und fragen sich Kanji selbst? Wir können zumindest sehen, ob irgendetwas für heute passiert. Es passiert letztendlich? Er schreit mich aus, aber... War es nicht mit dem Sack zu tun? War es nicht mit dem Sack zu tun? War es nicht mit dem Sack zu tun? Ich habe gehört, dass er die Sack zu tun hat, seit das neue Jahr angefangen hat. Sieht nicht das ein bisschen selbstverständlich? Ja. Es war etwas weirrt. Ich habe es nicht mit dem Sack zu tun. Es ist sehr schrecklich. Es ist etwas lustiges passiert hier. Ich kann es sensieren. Sensieren? Du klingt wie Teddy. Wir haben noch einige Beispiele gefunden. Okay. Wir versuchen, Kanji und seine Familie zu kaufen. Wir wollen definitiv nicht, dass der Körner vor uns zu kommen. Das gesagt. Yukiko, kann ich dein Zellnummer haben? Hey, war das dein Plan allgemein? Nein. Ich habe alle Telefonnummer, außer ihr. Und die Y-Sektion meines Beispiele braucht etwas Füllung. Was? Das macht er? Ach komm schon, Yusuke. Du klingt wirklich wie ein Pervert. Hey, ich versuche eine Konversation mit Yukiko hier. Kann ich nicht empfehlen, wenn er dich nachts anruft und dir eklige Witze erzählt. Oh, das erinnert mich an. Ich brauche Tofu auf meinem Weg nach Hause. Das Yusuke Chie nachts anruft, erinnert sich daran, dass sie Tofu kaufen muss. Das Yusuke Chie nachts anruft, erinnert sich daran, dass sie Tofu kaufen muss. Oh, sie hörte nicht ein Wort, was ich gesagt habe. Klar ist doch logisch, oder nicht? Okay, dann. Die Stakeout ist für morgen. Stakeout? Stakeouts? Tailing-People? I'm getting goosebumps. Scooby-Doo Mannschaft ohne Scooby-Doo. Wenn wir den Fuchs dazu kriegen, haben wir quasi eine Scooby-Doo Version davon. Das ist Stakeout Kanji in der Textile Shop tomorrow. Jetzt hab ich eigentlich Bock. Ich will wissen wie's weitergeht, man. Wir dürfen allerdings nicht viel entscheiden gerade, weil es einfach Geschichteerzählung ist. Oh, willkommen home, Big Bro. Scooby-Chan, they are in gangs when they run around. Fuchsidoo? So ungefähr. Wollt was zu essen da? Ja. Nicht zu essen. Ah, wir können abends rausgehen. Wir haben heute nichts gemacht. Heute ist auch kein Regen. Korrekt? Genau. Heute ist Nebel bewirkt. The room and early to start... Oh, wir dürfen heute nicht raus, weil wir morgen früh raus müssen. Aha. Go to sleep. Ja, okay, ich spiel, ich mach ja schon nix mehr. Ihr könnt euch einfach normal hinstellen und die Leute... Ne, also, anstatt dass alle vier in die gleiche Richtung gucken, können sie sich einfach in einen Kreis aufstellen und die, die halt zur Straße gucken müssen, halt ein bisschen über die Schultern von den anderen gucken. Das würde viel unauffälliger sein und so tun. Das würde nicht unterhalten. Ja, Ma'am. Visual-ID konfirmt. Target ist in der Endzone nahe der Ende des Mess-Breaks, mit Mutter-Issued-Rations in Hand. Der heutige Status ist, in der Bathroom fixiert sein Haar. Mutter-Issued-Rations. Er hat einfach ne Bento-Bucks Mama gekriegt. Der Target war nervös. Ich lasse meine Position, bevor er eine Chance hatte, auf mich zu holen. Ich frage mich, welche Pläne sie gemacht haben. Es scheint nicht so, dass er diesen Mann sehr gut wusste. Na, ich denke, dass es etwas mehr subtler ist. Oh, er ist hier! So, was passiert jetzt? So, was passiert jetzt? Ich glaube, ich hätte immer noch die drei Dämonen ein bisschen erwachsener gemacht. Ich habe dich nicht erwartet, ich hoffe. Nein, ich, äh... Ich bin gerade hier auch gekommen. Was in der Welt war das? Alles klar. Wir müssen sie nachdenken, oder wir verlieren sie. Okay. Dann spüren wir sie in zwei Gruppen. Eine Team folgt Kanji, und die andere aus dem Shop. Okay. Roger das! Wie sollen wir die Teams spüren? Per with Yosuke, Per with Chi, Per with Yuki... Achso, mit wem ich zusammengehe. Ähm, ich würde... Eigentlich sind... Wir mischen das mal durch. Deswegen, ich mag pair with Chi, weil ich suche, was von Yukiko will. Also, let's pair with Chi. Ich würde mich nicht mit dir gehen, aber... Sie würden Yukiko mit Yosuke verlassen? Das freut mich. Für andere Gründe. Ach, komm schon, er ist immer noch ein guter Dude. Er ist niemand, der jetzt hier irgendwelche böse Dinge macht. Oh Mann, sie sind fast weg. Komm, Yosuke! Okay. Okay, die andere durfte ich nicht nehmen. Guter Appetit, Xan. Okay, die andere durfte ich nicht nehmen. wir brauchen zu pretend, wir sind auf einem Date, um es natürlich zu sehen. Ach, nicht in einem Millionen Jahren. Es wird keine Möglichkeit geben, wenn wir aus dem Ort bleiben. Sheesh, lass uns schnell gehen und gehen! mit Yukiko lassen. Ich muss jetzt mit Yukiko gehen. Dann gehen wir halt mit Yukiko. Ich weiß nicht, ob diese zwei gut sind. Na gut. Oh, ähm, das bleibt uns in charge, um die Textil-Shop zu entfernen. Also, sollen wir? Sie bringt was zu trinken. Geil. Sorry about the weight. This one's for you. Dankeschön. Wo wir trinken? Everything seems fine at the shop. I hope it stays that way. Do you think the culprit will come? Nein, glaub nicht, dass ihr am Shop was passiert ist. Unsere Efforte könnten fruchtlos sein. Aber, vielleicht ist das für das Beste. am Ende sollen wir auch nur mal sicher gehen. Es wäre schrecklich, wenn die Kulprin dann aufstehen. Aber wenn sie das tun, ich werde was ich kann, um sie zu helfen. Du hast alle mein Leben saved. Ich will nicht, der einzige, der nichts zu tun. Ich meine, ich bin sicher, dass ich etwas tun kann. Ja, klar. Ein Zweifel ablenken. Entschuldigung, ich ging weiter und weiter, ohne sich zu erinnern. Ich glaube, ich bin ein bisschen nervös. Ich habe nie mit einem Mann aus meiner Zeit wie vor. Chiei natürlich hat keine Probleme mit Männern wegen ihrer Persönlichkeit. Ich weiß nicht. Sie hat auch Probleme. sie hat mehr Spaß mit dir und Yosuke 最近. Das Gleiche ist für mich. Sie hat uns verknallt, oder was? Oh, Social Link. Ist das ein Level ab? Oder haben wir einen neuen Social Link bekommen? Okay. Neue Social Link. Jetzt können wir auch etwas mit Yukiko alleine machen. Limit die Yukikos Social Link auf der Priestess Arcana. You may and its people. Yukikos animation battle has been enhanced. Yukiko can now wake up and knock down ally during battle. You haven't yet asked Yukiko for her contact information. Ask her straight out. Huh? Okay. If you want. I can't always answer since I help out around the inn. But feel free to call anytime. Cool. Die ist auf jeden Fall in uns verknallt. Die ist so hart in uns verknallt! Ja. Das ist weirrt! Die haben sich quasi neben dir an den Baum gelehnt. Ja. Wir stehen definitiv aus. Nein. Ich meine sie! Ich habe dieses weirrste Gefühl über sie. Weirr? Was ist das weirr? Ähm. Ich weiß nicht, wie es zu sagen. Vielleicht ist es nur meine Imagination. Hey. Wie denkst du, die anderen zu tun? Das macht mich. Alles, was wir wissen wissen, ist auf Yukiko, als wir sprechen. Moment mal. Warum sollte ich denn... Warum sollte ich denn... Werd... Wat? Warum sollte ich denn Yukiko anmachen? So ein Bullshit. Ja... Nein. Er ist nicht wie du. Yukiko scheint nicht zu interessiert in diese Dinge. Das ist nicht ganz richtig. Warte. Sie sagst du, er ist interessiert in ihr? Huh? Ich... Ich... Ich weiß nicht. Wir sprechen nicht wirklich über diese Dinge. Haha. Hast du mich letztens das gefragt am Telefon, du Witzbold? Jetzt bin ich noch noch etwas. Du wirst etwas wissen, nicht wahr? Ich weiß wirklich nicht. Es ist nicht so, dass wir so lange Nö, nö. Nur ständig gefühlt. Was macht ihr zwei? Oh, well... Siehst du, wir sind... Wir sind nur zwei verrückte Burt. Haha. Oh, Fremdscham kommt. Jetzt geht's los. Was meinst du, Burt? Schau mal, Burt-Brain. Haha. Habe ich euch gestern gesehen? Haha. H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Es ist so passiert, dass wir nach euch vorhanden gehen. Pure Coincidence. Hey, unsere Hände sind gerade über das Weg, also wir gehen jetzt. Ähm, schau, wir planen nicht, euch zu gehen, und es gibt nichts weiches an. W-schau' ich auch nicht. W-schau' ich nicht. W-schau' ich nicht. W-schau' ich nicht. W-w-w-warte, w-schau' ich nicht. Haha. Es ist kein, was ihr glaubt, du hast es alle falsch gemacht worden. Hey! W-w-w-warte, w-w-warte. S-seriell nicht. Es ist serieuse wie so. Das ist ja ein Image, ne, da geht er dann kaputt, wenn man rausfindet, dass er eigentlich voll der Liebe ist und dann wird er auch noch schwul. Wir haben uns nicht mehr informiert, dass unsere Mission verfolgt. Es gab keine Ahnung, wo zu schlafen. Na, wir warten hier ein bisschen länger. Vielleicht kann Kanji-kun nach Hause kommen. Ja. Der entdeckt uns doch wieder. Da ist es doch schon wieder. Huh? Was machst du hier? Sind wir nicht? Das klang aber vorhin anders. Nochmal ein bisschen entspannt hier hinlegen. Moment. Die sind drauf. Let's go. Hä? Hey, äh, mind if we ask something? Has anything strange happened to you lately? Huh? Strange? What's this strange stuff, huh? Are you saying that I'm strange? Ne, wir wollten wissen, ob dir was komisches passiert ist, nicht ob du komisch bist. Huh? No, 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 I didn't mean... You shitheads, better get the hell out of my face or I'm taking you down! Hey, es ist einer gegen vier, ja? So viel älter ist der nun auch nicht. Der hat nur ein paar Narben. Oder er hat eine Narbe und ein paar Pier-Sinks. Huh? Warte, warum? Sind wir noch vier gegen einen? Ich sehe, als ob ich schlafen bin! Ohhhh! Hä? Ja, Susu, gerenderst mal gegen die Türe, ey?! Im Crunch ist fast, dass ihr Legs würd' carrie you. Oh, ohhhh... Dann, ab nach Hause. Hat nichts gebracht heute, aber wir haben es zumindest versucht. Oh, es regnet, Midnight Channel. Midnight Channel. Ja, dann können wir direkt hochgehen. Hä? Aber es regnet doch. Als ob ich jetzt nicht Midnight Channel gucken darf. Oh Gott. An einem Regentag, ja. Oh Mann. Das ist ja dann doch ziemlicher Quatsch. Ach, wir machen es trotzdem. Okay. Oh. Es ist Yukiko. Ich bin sorry, dass ich so lange kenne. Kanji-Kun scheint zu sein. Oh shit. Oh, 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 oh. Aber, was denkst du? Hm. Der scheint aber häufiger mal irgendwie rauszugehen und nicht wiederzukommen. Weiß nicht. Oh. Boah. In dem Zusammenhang, dass er auf dem Midnight Channel war, würde ich sagen, es ist schlecht. Ich denke so auch. Er könnte... Es wird wieder regnen. Vielleicht wird der Midnight Channel rufen. Ja, wir werden da rein... Wir werden sicher wissen, ob etwas mit Kanji-Kun oder nicht. Ich werde sicher, dass ich die TV auf der Midnight anrufen kann. Talk zu dir später. Okay, es ist noch nicht Midnight. Aber cool, dass ich uns jetzt anrufen kann. Ich mag Yukiko, dass ich mehr als G, das stimmt schon. Wir müssen den Midnight Channel rufen. Na dann. Gibt es hier mal eine geile Zwischensequenz oder richtige Anime-Zwischensequenz und so? Das wäre witzig. Es gibt auch immer die gleiche Animation für das Midnight Channel Zeug. Oh, das ist deutlich klarer auf jeden Fall diesmal. Deutlich deutlich klarer. We see something on the screen. Der Image ist clear and sharp. Das heißt, er ist wahrscheinlich jetzt entführt worden. Hallo, liebe Zuschauer. Es ist Zeit für Bad Bad Bath House. Okay, er ist auf jeden Fall schwul und kann damit noch nicht umgehen. Er ist auf jeden Fall homosexuell und kann damit noch nicht umgehen. Heute werde ich eine superbe Seite für diejenigen, die für sublime Liebe suchen, die über die Separation des Sexes übernimmt. Ich bin dein Host, Kanji Tatsumi, die dir dieser skandalig, speziellen Sneak-In-Report. Okay, und er wollte anscheinend selber mal Reporter werden. Und er wird kein Reporter sein. Und über Sachen berichten. Oh, wie geil. Das war unmistakably Kanji. Das war unmistakably Kanji. Yosuke, zu flustert, um seine Punkte herauszufinden. Das war wirklich Kanji. Okay, wir müssen uns jetzt Kanji retten. Es war ein Badehaus auf jeden Fall, würde ich mal behaupten. Aber entscheidend ein Badehaus nur für Männer oder sowas? Irgendwann, wir haben besser in die Zukunft über den Plan morgen. Wir haben entschieden, um ins Bett zu gehen. Ich glaube schon einen Monat da tatsächlich. In der Schule. Given die Paterne so weit, Kanji ist bereits in der TV. Ich frage mich, was der Midnight-Channel wirklich ist. Erstens dachte ich, es war eine der paranormalen Dinge. Aber wenn ich es versucht habe, war es echt. Es ist schon ziemlich paranormal. Aber es werden halt die... Es ist sozusagen dort, wo die... ...wo die Schatten halt... ... ihre Mitteilungen nach außen in die Welt tragen. Wobei das scheint dann ziemlich lokal zu sein, nur auf diese eine Städtchen hier. Wenn es ein Ruhm ist, geht das bedeutet, dass ein paar Leute es sehen. Wie ging das Ruhm? Wenn du auf eine reine Nacht schaust, auf eine reine Nacht schaust. Niemand in ihrer richtigen Geist würde versuchen, etwas so verdammt, nicht wahr? Nichts, wenn jemand sie umsetzen würde. Aber wenn du es wirklich probierst, funktioniert es. Und nicht nur einmal. Wenn diese Ruhm herrscht und jeder beginnt den Midnight-Channel... ... könnte es eine große Panik causieren. ... die dunklen Seiten von den Leuten. Zum Beispiel, was dann die Leute des Kanji schwul ist. Wissen da, Jan. Wenn Teddy richtig ist, ist es die missingen Menschen selbst... ... die Dinge, die wir sehen. Also es ist nicht random. Es ist spezifisch mit jemandem missing geht. Hm. Yukiko hatte auch ein Show. Aber sie hat sich nicht erinnern, dass sie so etwas machen. Ähm... Das ist vielleicht ein bisschen offensichtlich, aber... ... der Kulprin ist wahrscheinlich die Spiele, die kommen, oder? Hm. Ich glaube nicht, dass er... ... dass er erst guckt, wer dort drauf ist und dann die Leute verschwinden lässt. Das ist irgendwie Quatsch. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das wirklich eine Person ist, die das macht, oder so eine wirkliche Identität, die da Spaß oder Bock drauf hat. Ich denke immer nur, dass es eher mit den Schatten der Leute zusammenhängt, sozusagen, dass sie... ... dass die eigenen bösen Seiten, die dort reinziehen. Oh, ich verstehe es. Ja, das ist definitiv möglich. Ugh. Jetzt, wenn ich mich über den Kulprin, bekomme ich das Bild von einem totalen Sicko. Ich will alles über dich sehen, Yuki-chan. Warte. Also, wenn Leute die Yuki-Kos Show sahen, glaubt ihr, dass die Leute auch was mit mir passiert ist? Ich meine, sie hatte keine Show, oder? Oh, das ist es! Der Kulprin ist totes Fleisch! Ich werde mich über seine Füße verlassen! Leute! Erst haben wir Kanji gewählt, dann haben wir den Kulprin. Endlich haben wir den Kulprin und senden ihn zur Hölle! Gibt's? Äh? Nice! Der soziale Link hat erreicht Level 3. Dein Kraft, um die Personen aus der Fülle Arcana zu kreieren. Chiei! Die letzten zwei waren die gleiche Sache! Äh, ich weiß. Okay, jetzt sind wir sofort wieder im TV, aber wahrscheinlich erst mal was passiert, wenn die TV war. Okay, wir haben keine Wahl mehr, großartig was zu tun. Hey, Teddy, jemand ist hier, oder? Oh, ja. Ich denke, jemand ist hier. Du denkst? Wissen Sie, wo er ist? Ich weiß nicht. Wir denken, es ist ein Junge namens Kanji. Ich weiß nicht. Was ist falsch? Nicht gut fühlen? Ich schnappe und schnappe, aber ich kann trotzdem nicht wissen, wo das Ruhig kommt. Der hat doch gesagt, er kann sonst immer rausfinden, wo die Leute sind. Wissen Sie nicht zu viel über zu viele Dinge? Ich meine, letzte Mal, du fragst, wer du wirklich bist und wie lange du hier bist. Dein Kopf ist leer, zu Beginn, Typ. Mensch, nicht zu viel über die Dinge zu viel zu stressen. Du bist richtig. Hm. Ja, tut mir ein bisschen leid, Teddy. Wow. Wow. Ich würde ihn gerne wieder ein bisschen aufbauen. Können wir nicht eine Person nach vor ihm finden, dass er mitkämpfen kann? Das wäre doch awesome. Wenn du nicht herausfinden kannst, wo Kanji ist, wir sind in tiefen Träumen. Wir können nicht einfach nur in einem Ort wie diesen gehen und drücken. Ich weiß, was mir helfen könnte. Du solltest mir eine Kluge über diesen Kanji-Personen geben. Es ist nur ein Gefühl, das ich habe. Ich denke, ich könnte besser mit ihm konzentrieren. Ich bin besser mit ihm. Hast du nichts, das mir eine gute Verständnis von ihm geben könnte? Was über Kanji, hm? Ich kann nicht wirklich über nichts, außer all die Räume über ihn. Ja, es ist nicht so, dass wir ihn so gut kennen. Ich brauche nur ein bisschen ein Hinweis. Etwas, das mir sagt, was er wirklich mag. Wollen wir fragen und finden Menschen, die Kanji nicht persönlich wissen können? Wieso kann ich dem hier einfach sagen, wo er hingehen wollte? Teddy may be able to grasp on the occasion if he gets information about Kanji, but what kind of information does he need? You decide to ask around town about Kanji. Okay. Junes Department Store, Central Shopping District. Flood Plane, Udima's Residence. Und die Flood Plane gehen, weil dort hat er sich mit dem komischen Typen getroffen. Und den da finden. Student. Student. Would you mind listening to me for a second? Me and my older sister are twins sibling. Always said that we look so much alike. But I'll admit to my older sister at home at school but to be honest we aren't really that similar. Okay. Whatever. So do you like cats? Ah, good then. We are allies. Cats are so nice, aren't they? They get attached to you pretty quickly if you give them food. My store was becoming sort of a cat mansion, no thanks to me, the wife was none too pleased. What should I start asking? I always thought this was a small town, but it's kind of big, isn't it? Well, I should be asking around instead of worrying, I'll go ask some of my old friends too. Okay. Yes. Okay, let's do them. Hey, you, are you from around here? Could I ask you something? Talk to him. Do you know about the Mori Ranmaru? Years ago I was the manager of the Konishi liquor store right here in this town, very shopping district. But I kind of lost the will to do business and quit my job as a manager anyways. To be honest, I shouldn't have come out here to the country, but I can't go back home empty handed, you know? You are from around here, aren't you? Do you think you could find a Mori Ranmaru for me? Was supposed to be managing the local product section of the Konishi Sun store. I don't know much about the area and I can't be able to go back in there. So could you look for it from me? I even give you a opinion about how about it. Oh, okay. Ah, here's Quest Nummer 3. Oh. 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 Oh, hey, oh. Oh my God. Scheint auch nix für mich zu haben. Central Shopping District. Kann ich jetzt wieder Dinge tun eigentlich? So wie ich will oder? Wie sieht's aus? Off Today, 175 Yen. The Hit Bully Teacher Series. Office Work Manual. Let your skills be noted at work. That's what it says. You have to buy any of these books. Was? You have yet to buy any of these books. Aber ich hab kein Geld oder was? Will you buy Off Today 2? That's a good one, isn't it? I feel like a better person after reading it. Like I had a better understanding of my fellow man. The other book is a manual for doing clerical work. When I remember my part-timer days folding envelopes. The next shipment is May 20th. I'm excited. You never know what's coming next at the store. Where's my dear? What's new Kiko here? I asked people who knew Kanji-kun's family or their shop, but all I heard were bad rumors of people saying he was cute and he was little, that kind of thing. I was told to talk to the last person who saw him, but I'm not sure who that would be. Is that a mother? I've come to see my aunt, please look around, take your time, talk. Right, I haven't seen Kanji from the textile store lately. That boy, it may seem that he's up to no good, but I can tell that he's an extremely bold young man under that. All of a sudden he decided to settle it with those biker gangs and he took one of my good shields. He used it in a fight against children, it's an insult to my art. He found it not so cool, what's happening with Kanji. Can we talk about her? We've received some new merchandise, please buy a lot. Royal Jelly, Cures Anervation and Exhaustion, Cures Poison, Cures Silence, Cures Panic and Fear. And talk. Hmm, I haven't seen Kanji-chan from Tatsumitexa in a while. I wonder if he's not feeling well. I thought I saw him on the TV a while ago, but maybe it was someone else. If you see him, could you tell him that I'm worried about him? It'd be nice if I could see that he was okay. Leave. So, it would be nice if I could see that he was okay. Leave. Clouds of Luffy and Tuffy. And Tofu is, the clouds are fluffy and Tofu is fluffy too. Tofu is square and white. I wonder if there are other things that are square and white. Notebooks, Sugar Cubes, Dice. Almond Jelly, White Bricks, Mayong tiles. Those don't count, they are green on one side. White Bricks. Yeah, that's white and square, but that's kind of cheating. Almond Jelly, yeah, that's white and square. Okay. Dude, she's wonders. That girl's still here, huh? Just over there staring. Oh, I gotta hurry up. Big sis is gonna be mad. Wonder if that girl can't go home or something. It's really dark. Welcome, our food is freshly made and taste green. What do we want to buy? Super Croquette. Sorry, but that's sold out already. It's super popular. There's less competition on rainy days, you know. Real Steak Croquette. The game is 150 yen. I like the combination of diced meat and potato. Buy Steak Croquette. Buy. Which is Steak Croquette? Bide Steak Croquette. Buy Steak Croquette. Buy Steak Soar. Buy Steak Soar. Buy Steak Soar. What's is this? Steak Croquette. As really, thank god specially used to us. 25 HP. Steak Soar. 50 HP. Ne, euch wollte ich nicht. Wollte hier was kaufen? Ne. Your hobby, it's a hobby shop, but the shutters are closed. Hey, how's it going on your end? Will I ask around the shopping district, but everyone's giving me the cold shoulder. I'm getting frustrated, but I kinda find a hint. Everyone's in the city, but I haven't been able to contact him, so I'm worried. When you get a girlfriend, don't let her become insecure, okay? A woman's feeling can be hurt by a single trivial thing. Do you know what I mean? I understand. Hmm, sounds like you've become a good man. Kanji-kun is the son of the textile shop owner, right? He's such a delicate man. What a shame his mother is such a nice lady, too. Wait for me the mother. Are you here to talk about Kanji-kun too? Sheesh, I wonder where he's wanted off to. No, he's always like this. You know there was a small boy who came in asking about him not too long ago. I talked to him too, but I haven't seen him around lately. The boy who talked to Kanji, could it be the small boy from before? If it was him and he was with Kanji, he might know something. You decide to search for the boy. Okay. Small boy. Der war ja weiter unten. Cut, da. Da. Dead ghosty, hm hm. Gotta go. Okay, der ist es wohl nicht. Ist hier im Schreien jemand? Da waren glaube ich auch noch Kinder. Caging bugs make me thirsty. I really want... Okay. It's good to let me marry the one I love. Are you in love with anybody? Yes. Then you should pray too. Maybe I'll become true. Hey, this is the boy who gave me the meat that I won't found. Thanks to you I can play with my grandchildren. You really help me out. Pray the gods here who brought the two of us together. I started maintaining the shrine again since it's not doing so good. I wanted to make it better, but I don't have the money. That's why I decided to put a relationship fortune box here as a little fundraiser. We only put it out on special occasions like New Years, but this is for the gods. We get the fortune from a shrine famous for its relationship fortunes. So they are bound to work. You should take one. I'm sure you'll get closer to whoever you're interested in. Oh, but we put the box away on rainy days, so be careful. Now I gotta go play with my grandkids again. See you. Old man walked off in there quickly. You can now draw relationship fortunes. You might get a little close to someone you have a social link with. However, you will not get as close to them by drawing fortunes as you would by spending time with them. Draw fortunes only when they are unavailable to spend time with. Main reading, what will you do? Accept the Emma's request? You made sure there was no one around and called for the fox. The fox brought you an Emma with a wish written on it. This Emma is written in rounded characters. Probably a young girls handwriting. I want things to go well with the person I like. It seems the fox want you to fulfill the wish written on the Emma on its behalf. Could it be thinking that if wishes are fulfilled, then more money will be put into the authority box? If you fulfill the wish on the Emma, your relation with the fox may grow stronger. Accept the request. Yes. Tell the quest theme I wish for love. Yep. The fox seem happy. Wish on the Emma was, I want things to go well with the person I like. You should report to the fox want the wish on the Emma has been fulfilled. Looks like you can draw matching fortunes. It costs 2 on the end, you have 3 on 2 on the end. To draw fortune. It's 1 on the end, it's almost nothing. Which social link would you like to think about as you can draw the fortune? Male classmates, female classmates, people from outside the school. Nanako or Jima or someone else? Eri? Or an Eri? Oh, that was the mother, right? Hey, look, let's see. Say small blessing. You feel like you've got an added closer to Eri. Fortune says your relationship could become stronger soon. You tied the Omoki around the fortune tree, it's getting a- NEIN! Das war nicht der Plan! Ich dachte, das kann ich aber nebenbei machen und dann weitermachen. Ich dachte, dafür kann ich Geld ausgeben. Ach, man. Das ist jetzt... Das ist doch Bullshit. Ah, das war nicht der Plan. Ah, Mann, oh. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt gespeichert hab. Ich weiß nicht, wenn ich das eigentlich relativ häufig speichere. Es ist manchmal nicht klar, was Zeit verbraucht und was nicht. Anako sieht aus, als ob sie nichts macht. Sie haben einen Archangel in der Person in der Justice Arcana. Er ist nicht bereit, weil sie nicht bereit sind. Willst du Zeit... Spend Zeit mit Nanako. Nanako verdient das. Wir machen was mit Nanako. Du spendst ein Precious Moment mit Nanako. Jo, Ben. According to the well report, we won't have to worry about the fog for a while. Let's keep cool like usual. We can save the day and still keep our skills sharp. We should hurry. What are we gonna do if we get nervous and start shrewing up? The enemies are starting to get stronger too. Let's be sure to use the time we have until the next foggy day to our advantage so we can save him for sure. Lunchtime. Oh. Was ist ein Lunchtime diesmal? Hey everyone! They posted the test results. Uuuu test results! The awful moment of truth. Yo, well. Wanna check it out? We decided to check out the test results. Na, was haben wir gekriegt? Your score was in the top 10. Wow, nice. Good going, Ben. You are so smart. The social link friends seem to be congratulating you. You feel that you became slightly closer to your school friends. Lunch break is almost over. You decided to return to class. Very good. Das ist ein Bonus auf alles. Einfach. Jetzt reden wieder alle mit mir, die mit mir was tun wollen heute. Yo, Ben. You know, we've got practice today, right? The advisor is actually coming for a change. So don't forget. We should show up at basketball practice after school. Yo, was sollten wir tun? Haben wir lange nicht gemacht. Also wir können Leute nicht fragen. Ich würde sagen, wir speichern jetzt mal wieder. Haben wir halt verkackt einmal. Und das wärs aber dann erstmal für heute.